Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfigur 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in der Nähe von Oberböser und wie unschwer zur Kenntnis, hier fährt auch der lange Personenzug. Sag mal, wo ist denn hier der Anfang? Aha, da vorne. Gut, der heisst nicht umsonst langer Personenzug. Also der ist wirklich, der fängt da hinten irgendwo fast in Berlin an. So, wir sind stehen geblieben bei einer Strecke von, jetzt muss ich überlegen, von der Oberböser nach Niedwerder. Genau, die müsste eigentlich bereits eingezeichnet sein. Wir schauen mal schnell, ich habe sie bereits aufgerufen, wie man sieht. Äh, deswegen wusste ich auch noch, wo sie hingeht. Aber die ist irgendwie, äh, ja, fehlerbehaftet. Weil, ja, das Spiel irgendwie, die sucht sich halt irgendwie einen anderen Weg, also das Spiel. Also, wollen wir mal gucken. Das geht hier lang. Da ist es wieder eingleisig, da müssen wir da auch nochmal gucken. Habe ich das nicht gestern korrigiert, dass das eben nicht eingleisig ist? Jetzt ist es wieder eingleisig. Na gut, wir lassen mal das eingleisige in Ruhe und konzentrieren uns darauf, wo wir lang wollten. Genau, hier hin. Dann haben wir hier einen Wegpunkt. Und das geht dann nicht weiter aus ihrem Grund, weil wir wahrscheinlich vorne nicht mehr nach Niedwerder kommen. Äh, ich würde mal sagen, irgendwie hier lang, hier raus. Ne, das geht nicht. Ja, wir müssen hier noch was bauen. Das habe ich, glaube ich, gestern eh schon gesagt. Moment. Ja, nochmal schnell gucken. Das hier ist die Unilinie. Wer ist denn das hier? Das ist, glaube ich, der Lange. Na, guck mal. Doch, da ist einer da. Ich würde gerade sagen, hier ist ja gar keiner. Doch, wer ist denn da? Der 1,2 Kilometer Personzug. Genau der, der Zug, den wir gesehen haben in Oberböser ist das. Ja, da möchte ich nicht ins Gleis rein. Jetzt nochmal gucken. Hier lang, hier nach vorne. Hier wartet einer. Das wäre dann hier. Und dann geht es halt hier in den Bahnhof rein. Jetzt ist halt die Frage, wo wollen wir überhaupt hin? Eben nach Niedwerder. Das ist mir schon klar. Da vorne haben wir Beachdingens. Das ist überhaupt nicht, wo wir hinwollen. Ich denke, die Gleise hier. Da sind wir eh. Im Prinzip müssen wir hier wieder rein. Wenn wir von hier kommen. Ne, hier geht es doch einen Güterbahnhof durch. Also ich weiss, gestern hatte ich das schon mal irgendwie entfernt konzipiert. Jetzt weiss ich noch nicht mehr genau, was da angedacht war. Oh, hier haben wir Gegenverkehr. Ja gut, das können wir mit Signalen lösen. Weil anders geht es ja nicht. Oder wollte ich hier vorne irgendwie... Kann es sein, dass ihr hier irgendwie eine Brücke machen wollt? Dass wir irgendwie hier rüber gehen. Und dann irgendwie das Ganze so machen, dass wir da hinten halt wieder in die Gleise reinkommen. Also weil das ist ja richtig. Wir wollen hier noch nicht durch den Bahnhof durch. Das muss ja nicht sein. War schön hier mit den Güterzügen. Ja eben, da müssen wir nicht auch noch rein in den Bahnhof. Da sind schon Güterzüge auch noch drin. Ja, irgendwie wäre es wahrscheinlich schon nicht so verkehrt. Und wir würden hier irgendwie ausfädeln. Dann vielleicht hier sogar ein Gleis ran machen oder zwei. Und dann irgendwie hier rüber und von hier hinten wieder. Weil wir kommen von hier sonst nicht nach da. Wir müssen sonst noch einen Güterbahnhof durch. Und das wollen wir nicht. Das war an das Gleis rankommen. Hier mit einer Brücke. Und ansonsten... Vielleicht tatsächlich sogar hier dem Gleis folgend. Nicht ins Gleis rein, aber dann hätten wir es wieder eingleisig. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn das zweigleisig ist, dann... Dann haben wir hier den Rückweg. Das heisst, das Gleis hier ist tabu. Dann müssen wir hier raus und tatsächlich da rüber. Ich würde das mal so machen. Dann haben wir auch was zum Bauen. Ist ja auch cool. Nicht nur immer mitfahren. Wir wollen auch mal ein bisschen arbeiten. So, einmal so ein Überwurf. Selber gebastelt. Das mache ich ganz bewusst. Es gibt natürlich auch Mords genug, die das machen. Aber ich mache diese Überwürfe tatsächlich sehr gerne selber. Irgendwie wäre es aber noch schön... Moment, wir gehen ja erstmal raus. Irgendwie wäre es noch schön, wenn wir das so hätten, dass das einen Damm gibt. Da muss ich relativ schnell Höhe gewinnen. Maximum Dingens habe ich hier. Weil sonst... Ich kann den Damm nicht aussuchen. Jetzt könnte ich ihn aussuchen. Jetzt hätten wir ab hier einen Damm. Aber das ist schon viel zu weit. So vielleicht. Wie sieht das aus, wenn wir hier einen Damm haben? Lass mich mal schnell gucken. Einmal so. Ist doch eigentlich in Ordnung. Vielleicht komme ich hier noch ein bisschen näher ran. Oh, und ob ich hier näher rankomme. Machen wir es mal so. Das Ganze machen wir dann auch zweigleisig, würde ich vorschlagen. Und jetzt hier natürlich mit einem Damm rüber ist eher schwierig. Also eingelesen habe ich es. Moment, das müsste eigentlich gehen. Jawohl, hier so rüber. Und dann eben nicht der Damm logischerweise. Sondern, ihr ahnt es richtig. Eine Brücke. Die Frage ist, welche. Wir haben ja hier oben noch schöne Brücken. Die haben wir auch schon länger nicht mehr verwendet. Irgendwie sowas. So eine grüne Gitterbrücke. Hier schön mit Pfeilern. Der steht okay. Der steht nicht im Dice drin. Das passt eigentlich so weit. Aber ich möchte hier nicht gesenkt sein. Sondern so. Aha. Da habt ihr gesehen. Da ist der Pfeiler weg, wenn ich das so mache. Lassen wir. Einmal den. Und dann vielleicht sogar tatsächlich mit der Brücke. Hier einmal über die Strasse rüber. Und hinten könnten wir eigentlich wieder runter. Da können wir tatsächlich an das Gleisrand dort, wo wir ran wollten. So. Einmal so hier rüber. Man reiche uns. Aber wenn es irgendwie geht, gerne nochmal einen Pfeiler. Irgendwie geizen die hier massiv mit Pfeilern. Dann geht das schon wieder runter. Wir wollen es ja so haben. Ja. Dann haben wir die Pfeiler. Okay. Einmal so. Hat wieder ein bisschen was. Irgendwie von der Achterbahn. Mit diesem Gitter, das wir dort haben. Oh. Aber jetzt nicht abstürzen. Spinde. Ne, ne, ne. Dankeschön. Ist nur ein Brückenbau. Also da sollte doch eigentlich nichts passieren. Und jetzt habe ich hier ein langsames Gleis genommen. Das lasse ich aber tatsächlich mal. Ich finde das ganz gut, wenn wir hier auch unterschiedliche Gleise haben. So. Einmal so. Einmal diesen. Passt das überhaupt? Doch. Das müsste doch eigentlich ungefähr passen. Nicht, dass wir hier irgendwie so eine Art von Gelle-Effekt haben. Das hat mir ja letztens mal wieder. Da hat sich der Gelle gefreut. Dass wir diesen Effekt endlich mal wieder ausgepackt haben. Aber natürlich nicht bewusst. Das geht nicht. Müssen wir anders handhaben. Ja, so geht's. Kleine Schritte. Dann kriegen wir auch den Pfeiler dort wieder. Wunderbar. Jetzt kontrolliere ich das aber nochmal. Wenn wir von hier kommen, dann haben wir hier die Möglichkeit drüber zu gehen. Doch, doch. Und hier habe ich tatsächlich wieder ein Stück Gleis vergessen. Das reparieren wir, sonst funktioniert es sowieso nicht. Hier auch. Millimeter, sag mal. Wie geht das denn? Ja, indem man irgendwie zu früh absetzt. So, jetzt hier ans Gleis ran. Und dann mit zwei Gleisen hier durch. Dann müssen wir hier natürlich die Häuser wieder kappen. Ja, oder wir machen Bogen aussenrum. Dass wir hier gerade ausgehen. Und hier noch mit Gleisen lang. Das ist aber irgendwie der Wurf. Ne, lasst uns hier halt. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen es dort eingleisig. Also, lasst mich mal schnell hier das Gleis nehmen. Dass wir hier irgendwie rankommen. Andocken, bitteschön. Möchtest du nicht? Dann machen wir es von der Seite kommend. Dann geht es eh her. Jawohl, dann wird aufgeschüttet. Das ist schon mal in Ordnung. Das bleibt jetzt zweigleisig, ganz klar. Jetzt machen wir hier folgendes. Dass wir mit diesem Gleis folgen. Und mit dem zweiten auch, bis dort die Häuser kommen. Dann können wir dort die Häuser nämlich bewahren. Das wäre die Grundidee. Ja, das geht sogar. Guck mal. Ein Teil wird zwar abgerissen, aber ein kleiner Teil. Die Häuser bleiben. Heisst, ab hier dann die Weiche. Und dann ist dieser Bereich hier eingleisig. Ne, und hier vorne. Machen wir den hier. Und dann wollen wir, wo wollten wir hin? Da ins Gleis rein. Das heisst, wir müssten hier eigentlich wieder auf eine Brücke rauf. Machen wir den hier. Oder ne, wir machen zuerst mal die Brücke in Ruhe. Hier über die Strasse rüber, übers Gleis rüber. Und dann dort andocken. Oder von hier kommend. Das ist eigentlich auch eine Idee. Dass wir das so haben. Dann natürlich mit Höhe. Einmal drehen. Gerade wär's, glaube ich. Ne, ist es nicht. Jetzt ist es gerade. Und dann nehmen wir wieder eine von hier oben. Lass uns nochmal so eine Brücke nehmen. Ja, die sieht halt schon relativ cool aus. Das ist doch eine relativ schäfige Brücke. Sie ist schön gerade. Die Höhe passt auch. Das machen wir so. Vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Damit wir dort hinten näher herankommen. Im Prinzip, ja. So ist es okay. Zack, gebaut. Zack, schnapp. Und hier rein. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir hier halt wieder zweigleisig werden. Ich würde sagen, ja. Doch, doch. Werden wir. Ich möchte nicht allzu lange Abschnitte eingleisig haben. Das muss nicht sein. Sei hier raus, wo die Häuser wieder fertig sind. Habe ich sie nicht gerade gebaut? Spielen. Nicht mehr meine Bautätigkeiten unterschlagen. Hier unten ist wieder der lange Person. So, guck mal. Der verfolgt uns heute tatsächlich ein bisschen. Können wir auch noch mal gucken gehen. Schon sehr nett. Eben, da möchte ich halt nicht ins Gleis rein. Das ist tatsächlich nicht wirklich clever, denke ich. Hier hinten ist auch ordentlich schön was los. Die Güterzüge sind unterwegs. Da oben fährt einer. Wunderbar. Und jetzt ist halt ein bisschen die Frage, wollen wir, habe ich das jetzt angeschlossen hier? Jawohl. Das wäre so weit richtig. Gut, jetzt ist ein bisschen die Frage, wollen wir in die Gleise rein? Wir sehen, wir stehen hier sowieso auf der Weiche drauf. Hier hinten geht aber schon wieder das nächste Gleis weg. Hm. Vielleicht doch mit den Gleisen noch ein paar Meter mitgehen. Aber eben nicht, wenn hier die Gleise weggehen, geht es natürlich nicht. Wer ist denn hier drin? Eine blaue Linie. Und zwar nur eine. Zu Rabaya Maschinen. Ja, da können wir doch in die Gleise rein. Das spielt doch gar keine Rolle. Also, zu Rabaya Maschinen. Kann es sein, dass diese Linie sich sowieso dann auch um... Also, dass die umdisponieren und dann dieses neu gebaute Stück hier nutzen. Das ist natürlich auch möglich. Passt das so? Ja. Das passt so. Signale kommen dann noch. Dann sind wir hier drin. Gehen hier rüber. Schnell gucken. Unsere neue Linie. Linie 1 war es. Genau. Was macht sie? Sie nutzt immer noch das hier. Okay, dann müssen wir das... Sag mal, wo fährt sie denn jetzt lang? Das ist doch irgendwie was ganz anderes, als das, was wir vorher hatten. Ach, hier oben ist sie auch noch. Dann ist wahrscheinlich das eine der Rückweg. Ja, ja gut. Das können wir mit Wegpunkten lösen. Das ist ganz klar. Aber ich würde jetzt tatsächlich zuerst mal gucken. Ja, hier kommen wir rein. Und dann... Ach, dann düsen wir hier lang. Dann sind wir hier in Yokohama. Ja, weil da geht es ja nach Beachdingens. Ja, das ist natürlich... Tatsächlich, das führt uns nicht nach Niedwerder, wenn wir da runter gehen. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es hier gerade ausgeht. Aber das tut es nicht. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir uns nicht bereits ums Zweigleisige mal kümmern sollten. Aber eben, ich habe doch gestern bereits was gemacht, dachte ich. Dass das eben funktioniert, Zweigleisig. Mit irgendwie hier rüber. Und dann hier lang. Äh... Ja, das muss irgendwie Zweigleisig funktionieren. Hier wird es dann Eingleisig, das ist klar. Aber da haben wir doch diese Weiche gemacht. Moment. Nein, ich brauche nur die Linie 1. Ne, funktioniert noch nicht. Ich mache mal ein Signal hin. Wir haben hier Signale. Das funktioniert trotzdem noch nicht. Müssen wir hier Wegpunkte haben? Ab wo könnte es denn Zweigleisig werden? Wenn wir... Moment. Wenn wir von hier kommen, kann er doch eigentlich hier lang. Beziehungsweise das wäre das zweite Gleis. Das müsste doch gehen. Und hier vorne? Ja, wir sind halt Eingleisig. Da kommen wir aus der anderen Richtung. Haben wir hier einen Wegpunkt irgendwo? Sonst müssen wir das mit dem Wegpunkt halt tatsächlich machen. Ich mache das mal mit dem Wegpunkt. Also, wir schnappen uns den. Irgendwie komischerweise habe ich das Gefühl, ich habe das gestern schon gemacht. Aber offensichtlich halt nicht. Gut. Also, Linie verwalten. Das wäre direkt nach Oberbösa. Nicht in Surabaya, sondern direkt hier. Aber auf dem Rückweg. Also, jetzt muss ich... Moment, jetzt muss ich gucken. Äh... Niedwerder Station. Dann wäre es nach dem hier. Nach diesem Wegpunkt vor Oberböser. Weil es ist ja der Rückweg, den wir hier haben. Müsste eigentlich stimmen. Wollen wir mal. Mal gucken, was passiert. Die Federmeldung wird wahrscheinlich bleiben. Bleibt auch. Ich glaube aber, dass Dingens... Das funktioniert immer noch nicht. Ne. Jetzt haben wir es doch im Weg... Wo ist mein Wegpunkt? Da oben. Das müsste doch eigentlich gehen. Das geht aus irgendeinem Grund gerade mal komplett nicht. Ich bin versucht, die Linie nochmal zu kappen. Komplett zu kappen. Und dann zu gucken, ob wir das nicht irgendwie... Nachher machen. Und uns jetzt erstmal den Weg suchen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das lenkt nur ab. Also, das ist... Weil... Wahrscheinlich kommen wir irgendwo am Schluss dann nicht nach Niedwerder rein. Und dann haben wir hier bereits die Fehlermeldung. Also, das ist eigentlich Käse. Ich werde die Linie... Nicht verwalten. Doch, verwalten. Mal löschen. Wo hatten wir das gerade nochmal? Alle entfernen. Beziehungsweise... Nein, Linie löschen wäre hier. Linie 1. Da muss man aufpassen, dass man nicht die falsche erwischt. Jawohl. Einmal gelöscht. Und dann machen wir das anders. Jetzt. Wir wissen, wo wir hier hinten stehen geblieben sind. Moment. Wahrscheinlich weiss ich es jetzt trotzdem nicht mehr. Hier war das. Hier, diese Umfahrung. Die ist neu. Führt uns hier runter. Führt uns hier vorne ins Gleis rein. Und dann führt es uns hier lang, haben wir gesagt. Ja, da fahren auch Züge. Das finde ich schon mal gut. Und hier würden wir dann wahrscheinlich gerne das hier nutzen. Vielleicht sogar das hier mitnutzen. Das führt uns hier rauf. Nach Singapur. Und wäre dort hinten, wo ist Niedwerder? Weiter unten. Im Prinzip sind wir ein bisschen zu hoch. Aber hier in die Gleise rein, das wäre tatsächlich eine Option, die wir hätten. Das könnten wir machen. Ja, machen wir mal. Ich bin versucht, die Linie trotzdem schon wieder zu machen. Bei jedem ist es trotzdem der Hof ohne. Ja. Wir machen die Linie nochmal. Also, wo ist meine Oberböse? Jetzt bin ich hier ganz falsch. Jetzt bin ich hier beim Beach Ressort unten. Oberböse war hier oben. Also. Nochmal neue Linie. Die Linie 1 haben wir gelöscht. Das heisst, es gibt eine neue Linie 1. Von. Genau. Gucken. Hier. Ja, das ist unser Bahnhof. Einmal quer rüber nach Niedwerder. Machen wir die Toplines. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Äh. Niedwerder. Niedwerder ist hier unten. Sag einmal den hier. Und dann kriegen wir wahrscheinlich das Ganze hin. Ohne Fehlermeldung. Jawohl. Aber halt eben wieder über eine Strecke, die wir so nicht wollen. Interessante Farbe haben wir hier plötzlich. Machen wir mal ein schönes, tiefes Blau. Würde ich vorschlagen. Dann brauche ich wieder die Linie 1 in dem Fall. Und jetzt werden wir in Oberböser anfangen. Und das Ganze so machen, dass es Sinn macht. Für uns. Oder macht das jetzt eher Sinn? Wir haben ja neu gebaut. Er fährt hier runter. Dann macht er den hier. Dann fährt er hier halt tatsächlich wieder durch den Bahnhof durch. Das kann er machen. Ist aber nicht was wir wollen. Und dann von Rom da runter. Ich muss sagen, die Strecke ist natürlich eigentlich die nähere. Das muss ich tatsächlich zugeben. Aber die können wir ja immer noch nutzen. Wo haben wir denn die Umfahrung gemacht? Ach, schau mal an. Die Umfahrung, die wir gemacht haben, die nutzt er. Und der Zug nutzt er auch gleich. Okay. Also das hat tatsächlich Sinn gemacht. Was wir hier gemacht haben. Jetzt. Ich würde das so lassen. Also das passt ja hervorragend. Ohne Wegpunkte. Jetzt nur irgendwie hier nicht vielleicht nochmal durch den Bahnhof durch. Unbedingt. Da haben wir die Option. Hier rauf. Hier rüber. Und dann hier dran vorbei. Und dann hier vorne wieder ins Gleis rein. Haben wir hier Weichen? Jawohl. Hier haben wir Weichen. Hier kommen wir rüber. Dann sind wir dort wieder in den Gleisen. Und führt uns das wie gesagt hier lang. Dann führt es uns hier halt durch Rom durch. Da könnten wir auch schnell gucken. Ob wir hier nicht vielleicht irgendwie noch eine Umfahrung machen. Hier unten. Dass wir hier noch mit dem Gleis lang gehen. Da nach Niedwerder rein. Statt dass wir jetzt hier auch noch durch den Bahnhof durchfahren. Wenn wir hier schauen. Moment. Ich nehme das mal zur Seite. Ja. Das ist. Sagen wir mal so. Es ist schon gut belegt. Also hier muss nicht unbedingt zwingend nochmal ein weiterer Zug durch. Macht überhaupt keinen Sinn. Finde ich. Das können wir lassen. So. Also den ganzen Spass nochmal zurück. Ja. Das können wir so lassen. Also das ist tatsächlich richtig. Genauso wollten wir es. Dass er hier das nutzt. Ja. Und jetzt müssen wir halt da vorne gucken. Dass wir da eine Umfahrung dann haben. Von hier. Ne. Hier wollten wir ja die Umfahrung nutzen. Würde heissen. Wir müssten hier raus. Hier rüber. Und dann dort ins Gleis rein. Das heisst. Wir brauchen hier diese Wegpunkte. Mal gucken ob das klappt. Das müsste eigentlich. Von Oberböser kommend. Hier lang. Na. Das rechnet. Ja. Keine Fehlermeldung. Ist schon mal gut. Von Niedwerder kommen. Zurück. Würden wir gerne. Zack. Hier lang. Na. Ja. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Einmal den hier. Ja. Sehen wir unsere Linie. Die blaue. Die fährt jetzt hier rauf. Dann macht sie genau den. Und dann nutzt sie genau die Gleise. Genau das was wir wollten. Das ist auch schon mal bestens. Dann geht sie da hier lang. Hier in die Gleise rein. Und jetzt sind wir hier vor Rom. Ja. Jetzt ist die Frage. Ob wir hier halt tatsächlich. Noch irgendwie. Nochmal was bauen. Irgendwie so eine Hochbahn wäre natürlich hier auch noch. Dass wir hier nochmal mit einer höher gelegenen Bahn rüber gehen. Fände ich schön für Rom. Statt dass wir durch den Bahnhof durchgehen. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Wir können ja mal gucken. Ob wir hier sowas hinkriegen. Ohne dass wir den Rest haben. Ich kann euch jetzt schon sagen. Dass ich dann vergesse am Schluss. Dass das noch nicht angeschlossen ist. Ich kenne mich doch. Einmal hier rüber. Oh. Guck mal. Das geht sogar. Hier vielleicht dann mit einer Kurve. Weil hier ist eine Brücke. Aber hier eine Hochbahn rüber. Sehr cool. Wir haben doch eine Brücke. Die eigentlich fast kaum eine Kollision irgendwie erzeugt. Die hier. Die würde gehen. Die würde gehen. Die gehen eigentlich alle. Die gehen tatsächlich alle. Oder haben wir hier irgendwo. Ne. Da haben wir eine Brückenpfeilerkollision. Können wir trotzdem bauen. Oder wir schauen hier nochmal. Wenn wir nicht aufs Tempo achten müssen. Oh. Das funktioniert. Was passt denn hier am ehesten zu Rom? Irgendwie dieses Goldige gefällt mir gerade nicht so. Sowas. Oder vielleicht sogar. Ne Moment. Grün. Ne. Es ist ja eigentlich kein Güterzug. Wisst ihr was? Wir machen was Schnelles. Modernes. Ja. Was irgendwie. Wie soll ich sagen. Zu Rom passt. Das passt eigentlich schon zu Rom. Haben wir ein Gefälle hier? Das geht doch runter. Ja. Weil ein bisschen geht es tatsächlich runter. Wir hätten das gerne so. Das machen wir so. Dann vielleicht hier rüber. Dann kommen wir hier tatsächlich vom Gleis raus. Hier unten. Mal an den Bogen. Ja. Das passt so. Können wir so machen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir hier noch rauskommen. Boah. Noch mal mit der Brücke rüber. Ja. Aber natürlich. Machen wir noch einen Pfeiler irgendwo hin. So. So haben wir den Pfeiler hier hinten. Ja. Das ist doch mal eine Konstruktion. Das ist doch einfach relativ modern. Das finde ich sehr nett. Die Ausrichtung. Ja. Wir müssen halt die Niedwerder noch gucken, wo wir rein wollen. Entweder von hier unten oder von hier oben. Das werden wir auch rausfinden. Ich baue das mal so. Ist nur eingleisig. Mal gucken, ob wir es zweigleisig auch hinkriegen. Ich denke mal ja. 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 Geht ja auch. Guck mal. Zack. Dann haben wir das. Jetzt werde ich tatsächlich doch dran denken. Dass wir das hier noch anschliessen wollten. Einmal so. Wo müssen wir hin? Wo ist unser Gleis? Hier unten. Die Ausfädelung müssen wir halt noch haben. Vielleicht ein bisschen eher ausfädeln. Dass wir hier rausgehen. Hier sind noch Pfeiler am Weg. Aber hier kommen wir raus. Die Frage ist ein bisschen, ob das reicht. Um. Doch. Das müsste eigentlich schon reichen. Wenn ich hier das rechte Gleis schnappe. Moment. Das müsste man noch richtig zusammenschustern. Und hier reingehe. Dann geht das nämlich sogar. Jawohl. Von der Höhe her passt es auch. Das ist schon richtig so. Rechts. Das ist nicht das. Das linke Gleis. Wo gehe ich hier rein? Links. Doch, doch. Das müsste passen. Ich baue es mal. Wahrscheinlich muss ich es wieder abreißen, weil es nicht stimmt. Dann machen wir das. Ne, das müsste schon funktionieren. Das ist jetzt das rechte. Das geht auch. Ne, da haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Okay, da müssen wir das kurz eher anders machen. In kleinen Schritten. Das stimmt dann jemals mit dem Pfeiler nicht wahrscheinlich. Deswegen haben wir die Meldung. Ja, aber so geht es ja problemlos. Ne, geht es auch nicht. Machen wir es mal so bis hier hin. Und dann haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Wir könnten es trotzdem bauen. Die Frage ist halt, wo ist der Brückenpfeiler? Ja, steht da mitten auf dem Gleis. Ne, das können wir so nicht brauchen. Ich mache das mal nochmal weg. So, dass wir das irgendwie mit dem Brückenpfeiler gelöst kriegen. Äh. Einfach mal das Gleis mitnehmen. Nur bis hier hin bauen würde ich vorschlagen. Jawohl. Dann wird der Pfeiler dort nicht gesetzt. Das ist schon mal vernünftig. Wenn ich das jetzt hier mitnehme. Und hier reingehe. Dann passt das doch, denke ich. So. Wie haben wir es mit dem Pfeiler hier unten? Hier ist keiner. Sehr gut. Hier hinten ist einer. Und hier ist einer. Ja, das klappt doch schon mal bestens. Also. Angeschlossen haben wir das Ganze. Düsen wir hier weiter. Düsen wir nach hinten. Dann sind wir hier angekommen. Das würde doch auch schon mal passen. Jetzt müssen wir das noch anschliessen. Und dafür müssen wir jetzt erstmal wissen, wo wir hier in den Bahnhof rein wollen. Hi. Wie sie hier gebaut haben. Oh. Der Geller hat mal noch irgendwie geschrieben, dass irgendwo ragen Häuser in die Autobahn rein. Das müssen wir vielleicht auch nochmal kontrollieren. Dann habe ich geschrieben, hier wird nicht geragt. Also das müssen wir uns tatsächlich noch ansehen irgendwann. Hallöchen, Kollege Metronom. Auch so ein schöner Zug tatsächlich. Ja. Und die Richtung ist performanter. Ja eben. Wie gehen wir hier rein? Wo fängt das hier unten an? Mit zwei Gleisen fängt das hier an. Wird dann hier mehr gleisig. Und hier noch mehr gleisiger. Und geht dann hier vorne in den Bahnhof rein. Was wäre denn von der Ausrichtung her schlauer? Wenn wir hier einen Bogen machen. Können wir eigentlich in die Gleise rein hier. Moment. Die beiden. Ich muss mal kurz wissen, wer ist hier zugange? Hier haben wir was Oranges. Peach, Ressort, Rom, Weisswasser wäre das. Und das hier ist, das sind die anderen Linien, die hier halt in den Bahnhof rein wollen. Das könnten wir machen. Dass wir hier, dann müssen wir aber hier rauf. Das heißt, wir müssen hier zurückschwingen. Und in die Gleise rein. Irgendwie, dass wir von hier oben kommen. Na ja, unten sind. Ja, dann fahren wir dran vorbei. Das ist ja nicht, was wir wollen. Gut. Also, dann machen wir das. Dass wir hier zurückschwingen. Ich wäre auch ganz froh, wenn wir hier mal nochmal einen Pfeiler kriegen würden. Das ist eine relativ pfeilerlose Geschichte sonst. So, einmal den hier. Dann haben wir hier tatsächlich eine Hochbahn, die hier durchdüst. Wo haben wir denn hier einen Pfeiler? Haben wir hier gar keine Pfeiler? Das müssen wir aber noch ändern. Moment. Wir machen das so. Wir wollen so lang hier, damit wir hier den Bogen hinkriegen. Und dann müssen wir hier oben die Weiche mitnehmen. Das würde heissen, wir machen das sogar so. So, dass wir hier wirklich die Wiege machen. Einmal den hier. Das Gleis hier. Und da haben wir tatsächlich den Gelle-Effekt. Das war falschrum. Aber noch nicht gebaut. Deswegen kann ich es korrigieren. Einmal so. Passt. Aber eben, jetzt haben wir hier keine Pfeiler. Dann setzen wir wieder selber welche. Irgendwo, wo wir Platz haben. Zum Beispiel hier hätten wir doch Platz. Näher ist ein Haus. Aber hier würde einer hinpassen. Eben, jetzt eigentlich snappen die Teile ja an. Am Gleis habt ihr jetzt mehrfach geschrieben. Hier hatten wir sie. Dafür muss ich, irgendwas muss ich machen. Irgendwie oben anfangen. Ah ja, guck mal. Jetzt snapt sie an. Dann sind wir aber zu hoch. Ja gut, wir müssen ja sowieso weiter runter. Machen wir mal. Gehen wir weiter runter. Ach, guck mal an. Aha. Also, sobald das unsnapt hier über den Gleisen. Man sieht es ja hier relativ deutlich. Dann kann ich nicht mehr rauf oder runter. Dann macht dieses unsnapten aber keinen Sinn. Es ist natürlich genau zentriert. Ich finde es aber besser, muss ich gestehen, wenn ich es dann so mache, von unten kommend, ungefähr die Gleise erwische und dafür das Ganze so habe, dass unten das Ganze auch wirklich auf dem Boden steht. Guck mal, so wird es doch passen. Wenn wir jetzt wieder runter gehen. Zack. Dann haben wir doch hier einen Pfeiler. Hier einen. Und hier vorne. Da haben wir den anderen. Und hier können wir halt nicht. Doch, hier könnten wir vielleicht hier noch. Ein bisschen drehen. Äh, dann die Höhe. Dann sehen wir nämlich ja, so sehen wir sie auch auslandet, das Ganze. Oder wir nehmen hier mal den Pfeiler. Das wird einfach nur von dem hier abgestützt. Ist ja auch nicht verboten. Könnte ich nochmal Höhe haben? Das ist die falsche Richtung. Moment, jetzt. Passt. Zack. Dann haben wir den hier. Auch gut. Und dann sieht das Ganze doch ein bisschen abgestützter aus. Und hier vorne der Pfeiler, das ist auch okay. Gut. Dann schwingen wir hier doch mal fröhlich weiter, würde ich vorschlagen. Jetzt im Prinzip in die Richtung. Weil. Oder wir könnten, wisst ihr was? Wir machen das stylisch. Stylisch dahingehend. Wir düsen hier nochmal übers Gleis rüber. Gehen wir so und gehen dann ans Gleis ran. Das ist aber von der Höhe her, ist das ein bisschen Moonpitz, wenn wir das so machen. Müssen wir so haben. Da haben wir wieder die Abschussrampe. Dann machen wir das nochmal bis hier hin. Oder so zumindest. Geht das hier irgendwie abwärts, beziehungsweise aufwärts, dass da die Höhe sozusagen aufgefressen wird. Oder haben wir hier schon... Moment. Ein Gefälle. Ne, das haben... Ne, ein Gefälle haben wir nicht. Ja, das geht so aber nicht. Das ist tatsächlich zu tief unten. Aber die hier ein bisschen Höhe haben. Sagen wir mal so. Ich baue das mal. Oder sollen wir hier vielleicht mal noch einen Damm bemühen? Also wenn wir doch schon irgendwie mitten in der Stadt... Also wir sind ja nicht mitten in der Stadt, sondern aussen dran. Ja, ne. Nimmt halt hier wieder die ganze Sicht auf Rom. Das gefällt mir auch nicht. Ne, lassen wir. Kein Damm. Ne, Aufschüttung. Können wir noch schnell testen. Nehmt natürlich auch ein bisschen die Sicht. Ja, ist sicher besser wie der Damm. Gefällt mir aber trotzdem nicht. Rom ist die Stadt der Brücken. Dann lassen wir das so. Dann bleiben wir bei der Brücke. Gucken wir, jetzt geht es sogar. Dass wir die Höhe vernünftig haben. Ja, wenn wir das halt so machen. Aber eben, dann ist es die Abschussrampe. Es ist wieder das gleiche Problem. Also müssen wir es so machen bis hier hin. Und dann machen wir es wieder gerade. Damit wir wenigstens über die Schiene rüber einen geraden Effekt haben. Das wäre meine Idee. Wir heissen so und dann so. Ja, das ist in Ordnung. Einmal den. Und dann hier in die Gleise rein. Allerdings müssen wir da relativ schnell runter kommen. Weil hier vorne kommt schon wieder ein anderes Gleis daher. Ist das okay so? Ja. Ich überlege mir gerade. Ja, ein bisschen weiter unten. Ich denke, das ist besser. Dann kommen wir da auch besser ins Gleis rein. Zack. Machen wir mal. Dankeschön. Das zweite Gleis mitnehmen. Ist jetzt natürlich hier eine riesen... Eine riesen Bebauung, die wir hier nochmal machen in Rom. Ich finde es aber eigentlich relativ gut. Ja. Doch, geht auch. Sehr gut. Zack. Einmal den. Dann hätten wir hier das Gefädel. Gefädeln wir mal fröhlich. Und dann hier rein. Und jetzt würde ich hier... Ne, doch nicht. Jetzt würde ich hier tatsächlich einen Damm machen. Aber das reicht nicht von der Höhe her. Weil hier haben wir ja auch einen Damm. Ne, dann lassen wir es. Gibt es keinen Damm. Die ist nur hier ganz normal runter. Einmal so. Einmal hier raus. Kommen wir hier rein? Das sieht irgendwie von krumm nach schief aus. Ne, das passt doch. Ne, vernünftige Weiche. So, und jetzt haben wir doch den Effekt, dass wir hier tatsächlich in den Bahnhof reinkommen. In welches Gleis müssen wir dann noch gucken. Jetzt rufe ich mal schnell die Linien auf. Das wird sogar schon genutzt, so wie es aussieht. Allerdings nur eingleisig. Ja, da fehlt wieder irgendwo eine Weiche. Beziehungsweise. Hier vorne. Im Prinzip hier bräuchte ich nur eine Weiche. Ja, haben wir doch eine Weiche. Aber in die falsche Richtung. Machen wir hier mal eine Weiche und gucken, ob das nicht automatisch zweigleisig gleich wird. Ne, falsche Richtung eben. Moment, von hier kommend hier hin. Jawohl, schon haben wir es. Gut, jetzt ist ein bisschen die Frage, ja gut, die Signale müssen wir sowieso noch setzen. Das machen wir gleich. Ja gut, das passt. Also die Linie ist fertig. Jetzt kontrolliere ich nochmal, ob sie wirklich das macht, was wir wollen. Ich glaube schon. Hier den Bogen. Hier oben. Man sieht auch, das ist eine längere Linie tatsächlich. Hier den. Genau dann das, was wir neu gebaut haben, kommt dann irgendwo hier hinten. Das müsste sein. Ne, wo haben wir denn das, was wir jetzt neu gebaut haben? Moment, nicht, dass das... Hier, da, 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 da. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das nicht stimmt, was wir haben. Und wie rege das doch gleich genutzt wird hier. Guck mal, sogar... Sogar Kollege ÖBB-Kett nutzt diese Umfahrung. Ja gut, dann haben wir im Bahnhof natürlich eine Befreiung hier vorn. Dann fahren die nicht mehr alle durch den Bahnhof durch wahrscheinlich. Das wird der Punkt sein. Jetzt habe ich aber die Linie weg. Die wird die nochmal haben. Dann reiche ich mir nochmal die Nummer 1 oder die Linie 1. Und hier stimmt es dann eh. Gut, jetzt schauen wir hier mal schnell wegen dem Gleis. Das ist, glaube ich, soweit richtig. Ja, weil da ist niemand drin. Sehr gut. Signal hier. Ne, da brauche ich nur hier eins. Stimmt das? Ne, da haben wir da hinten eins. Allerdings, das... Achso, wir haben hier natürlich auch Weichen. Doch, das macht schon Sinn. Hier raus. Hier ein Signal. Da haben wir das Signal hier. Das könnten wir schon weiter vorne hinsetzen. Und das hier ist natürlich Moonpitz. Das nehmen wir mal weg. Nehmen wir das hier weg. Und setzen da ein neues Signal. Nehmen wir mal die hier. Ne, das sind die Tunnelsignale. Die bringen uns hier nicht wirklich weiter. So, einmal Signal hier. Jawohl, passt. Das stimmt schon. Jawohl, hier ist es eingleisig. Da können wir nichts machen, weil das ist natürlich der Hin- und Rückweg. Hier haben wir ein Signal. Das passt. Wunderbar, hier runter. Das passt ebenfalls. Ah, ne, Moment. Hier fädeln wir ein. Da brauchen wir nochmal ein Signal. Und zwar, das ist okay. Das ist auch okay. Ne, das passt. Da fädeln wir bereits davor schon ein. Dann haben wir ja das. Aber hier ist natürlich jetzt neu. Einmal zack, hier. Das können wir außer Acht lassen. Das Signal ist okay. Das hier ist falsch. Oder zu nah dran. Ja, dann nehmen wir den Block hier hinten. Und hier in die Richtung, würde ich sagen. Aber das hier in das Signal. Dann passt das. Wenn man von hier kommt, müsst ihr auch noch schnell gucken. Da brauche ich noch eigentlich... Jawohl, hier noch ein Signal. Das haben wir. Und dann brauchen wir hier oben Blöcke, so wie es aussieht. Jawohl, machen wir doch auch gleich. Einmal Block hier. Geht das hier vorne schon wieder tatsächlich... Das geht da wieder ins eine Gleis rein. Weil wir uns die Häuser erhalten wollten. Jetzt habe ich das ein bisschen zu schnell geklöppelt. Das gefällt mir nicht. Das kommt ein bisschen weiter nach vorne. Würde ich vorschlagen. Einmal hier. Dann wird es hier wieder zweigleisig. Auch das wird schon wieder von anderen Zügen genutzt. Sehr schön. Und hier geht es wieder ins Gleis rein. Zack. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Passt das? Ja, hier brauchen wir noch ein Gegensignal. Wenn man so will. Müsste hinhauen. Hier haben wir hier hinten das. Oh, das ist ein bisschen kurz hier. Na ja, so reingehen. Ich würde hier die Signale wegnehmen. Das ist mir zu kurz. Da stehen die Züge dann auf der Weiche drauf. Die sollen hier vorne warten. Gut. Also hier runter. Dann haben wir hier Signale. Hier eins. Ja. Und hier fädeln wir wieder aus. Da haben wir die Signale auch. Weil das alles Gleis ist, was wir schon benutzt haben. Beziehungsweise was nicht nur für uns alleine ist. Das geht dann hier rauf. Hier rüber. Nutzt dann das hier. Auch hier haben wir natürlich die Signale schon. Beim Schluss. Beim Schlussteil der Strecke haben wir sie dann nicht. Ja, hier passt es auch. Das ist ebenfalls. Oh, hier gliedern wir uns wieder ein. Aber auch hier ist das Ganze schon gemacht. Da haben wir ein bisschen wenig Signale. Da machen wir doch hier nochmal eins hin. Dann geht das hier gerade aus. Jawohl. Hier runter. Dann geht es hier auf die Kurve. Jawohl. Die hier. Das haben wir auch schon gemacht. Und jetzt haben wir hier den Bereich neu gemacht. Mit der Brücke würde heissen. Wir brauchen hier ein Signal. Jetzt haben wir mal hier vorne eins. Und wenn wir hier daher kommen. Dann haben wir hier eigentlich die Signale. Wobei. Das müsste dann hier hin. Da ist das hier nicht mehr ideal. Das kommt weg. Dann haben wir dort das Signal. Dann haben wir hier eins. Und dann passt das wieder. Gut. Einmal hier rüber. Da können wir schön nochmal einen Block setzen. Auf die Brücke rauf. Und hier vorne nochmal. Und dann stelle ich fest. Die Folge ist eigentlich schon durch. Ja gut. Dann müssen wir. Oder müssen wir nicht. Dann kaufen wir morgen den Zug. Ganz klar. Setzen uns hier in den Zug rein. und düsen fröhlich mit. Ist hier vorne die Einfädelung. Jawohl. Dann haben wir den hier. Dann haben wir das schon gemacht. Ne. Moment. Das ist das untere Gleis. Block. Den hier. Sehr schön. Von hier kommend. Ja. Lassen wir mal mit einem Signal. Das ist ja davor. Nämlich hier. Jetzt sind wir hier drin. Düsen hier lang. Und düsen dann hier in das Gleis. Jetzt müssen wir uns schnell gucken. Jawohl. Das ist okay. Da können wir rein. Da haben wir nur aus der Gegenrichtung. Zug kommend. Ansonsten. Haben wir hier nichts. Hier hätten wir auch. Guck mal. Hier ist auch ein Zug der daher kommt. Oder Moment. Doch die grüne Linie. Also spielt keine Rolle. Ob wir in das Gleis reingehen. Oder in das. Das nimmt sich tatsächlich nichts. Gut. Dann haben wir die Strecke tatsächlich fertig. War ein schönes Gebauen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Morgen kaufen wir uns natürlich die Züge. Das gibt mehr als ein. Dann werden wir hier einsteigen. Und entsprechend mitfahren. Gibt es hier sonst noch gerade einen Zug? Äh. Ja. Hier oben. Dann sagen wir mit denen. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Und dann hoffe ich natürlich. Wir sehen uns morgen wieder. Da kommt die Heisi-Log. Der Heisi-Express. Danke fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss. Musik Untertitelung. BR 2018